Ich glaube, dass TV und Internet schon relativ nah beieinander sind. Der einzige Abstand ist eigentlich noch der Bildschirm. Das eine wird auf den Schoß oder im Arbeitszimmer geguckt und das andere im Wohnzimmer. Und ich glaube, die Innovation, die wir noch erwarten oder die zu einer Selbstverständlichkeit wird, ist, dass die beiden Bildschirme eigentlich quasi eins werden in ihrer Funktionalität. Da ist ein Smart TV eine Voraussetzung, aber wir müssen weg von proprietärem Zugang eines einzelnen Menüs für den Smart TV zu einem externen Signal und ähnliches. Ich glaube, diese Dinge müssen seamless integriert werden, aus einer einzigen Oberfläche und im einzigen Device kontrollierbar, manipulierbar sein und dann werden die Dinge in zwei, drei Jahren quasi nicht mehr unterscheidbar sein.